Mario & Sonic in Sochi 2014. Wir sind wieder zurück im Auswahlmenü und probieren jetzt ein zweites Mal den Eiskunstlauf. Wir haben eben schon einmal kurz angestarrt, dann war das Video aber nicht an. So, dann starte mal. Also Daniel hat jetzt einen unfairen Vorteil, weil er schon eine Runde Freifahren hatte. Ich finde das komplett fair, weil ich immer der, wenn der alles vormachen muss, jetzt durfte ich es mir wenigstens selber mal vormachen. Nicht jeder hat so eine Eisprinzessin wie du, Martin. Das stimmt. Ich glaube, ich habe die blödeste Figur für diese Sportart. Wieso denn? Du hast auf jeden Fall die weiße Coolness. Einen Affen, wie albern ist das? So, dann mach uns mal was vor, Daniel. Ein Affe beim Eiskunstlauf? Weil Peach zu sehen, gehört sich schon so. Wie die Hunde beim Pokern. Ah, das schon wieder. Ja, Michi! Was ist da los? Schneller als die anderen. Man muss das echt, man muss die Remote auf die Knöpfe legen. Muss man nicht. So, wir haben fünf Songs zur Auswahl, haben wir gerade schon gesehen, ihr nicht. Mal hören euch, dass es mir gerade ein bisschen Glück gebracht hat. Jetzt kommen wir nochmal mit Wagner. Ich höre es übrigens immer noch nicht. Das Lied läuft ja auch nicht. Das geht ja noch gar nicht. Ja, aber auch vorhin habe ich es nicht gehört. Das muss man auch überhaupt nicht hören. Doch. So wie das ganze Trommelfeld mit Dubstep. Das sind diese ganzen Unmusiker, die halt überhaupt keine Ahnung haben. Unmusiker. Was das mit Flow auf sich hat. Wow, siehst du? Das geht schon mal scheiße los. No. Oh Mann, oh Mann. Ja gut. Kannst du den Wagner doch nicht vorwerfen. Der Wagner, dem kann man eine ganze Menge vorwerfen. Die Leute gehen voll mit. Boah, aber auf so eine deutsche Fernsehpublikum-Art. Mit mitklatschen. Wir brauchen nur zwei Takte und schon sind sie drin. Das ganze Publikum. Ein Balkürenritt mitklatschen, das ist schon auch was. Was aber so kritisiert wird. Wenn man da im Studio sitzt, ist man wahrscheinlich froh, wenn die Leute mitklatschen und nicht alle da stocksteif sitzen und die Fresse halten. Wie klatscht denn du, dass du dabei nicht die Fresse hängst? So, dann muss ich diese Noten einsammeln. Halt nicht die Fresse. Klatsch, 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 klatsch. Oh, jetzt mal springen. Voila. Boah, ich verwickel mich hier gerade im Kabel. Oh Mann. Leichte Atemnot. Ich war vorher viel besser. Total unfair. Nur wenn ihr einfach die Videoaufzeichnung abbrecht, damit ich hier nicht meine Goldmedaille kriege. Ja, ja, ja. Das wird alles nichts. Wer kennt das alles nicht mehr? Gleich hau ich mich hin. Mami, wo du nicht hingeschaut hast, war es viel besser. Look, Mom, no face. No face. Das war Gears. Echt? Wenn man Gears einen Kopfschuss macht, dann sagt er Look, Mom, no face. Auf dem ersten Spiel. Der Fenix. Der Felix? Ja. Markus Felix. Der Felix hat nicht gerade den Autounfall gehabt mit der Leitklanke? Wer? Neureuther. Auf dem Weg zum Flughafen, oder? Der Felix. Wir sind eilig gehabt. Ja. Spirale. Achso, nee. Ich habe so ein bisschen Angst. Mein Kopf ist direkt neben der Wiimote. Die macht schon so ein Lady-Stick-Geräusch. Und Daniel... Lady-Stick-Geräusch. Ja. Aber du brauchst ja keine Angst haben. Daniel hat ja den Sicherheitsgurt angelegt. Ja, aber ich nicht. Ich hätte gerne einen Sicherheitshelm. Wie ein Lady-Stick-Geräusch, oder was? Soll ich dir meinen Helm geben? Hör auf, mir dieses Gesicht zu halten. Wie hängt das denn zusammen? Das ist ein Cheese-Set. Wenn ich gerade hier mal Wagner-mäßig voll abgehe. Komm, und die Pose. Und nach unten. Ist das eine Zerrung da im Arm, oder was? So. So, wir gucken jetzt. Das war nicht besonders gut, aber... Das war auch ziemlich gut. Besser als beim ersten Versuchen. Erfalt, das war sehr schlecht. Wie viel hatte ich denn beim ersten Mal? Wie erwartungsvoll ihr guckt? Ja, das ist so zweimal A. Echt? Bei A? Ja, Sprünge und Spiralen war ich kacke. Aber Pirouetten A plus. Hm. Da, jetzt. Jetzt kommt die wahre Eisprinzessin. Mit was für ne Musik? Meditation. Völlig falsch geschrieben alles. Wieso denn? So. Teist. Guck mal, du warst vorhin nicht auf Platz 2. Du warst auf Platz 4 oder so. Ha. Deswegen sind die viel besser. Du rufst das nochmal über. Wie immer gegen den Dinosaurier verloren. Beim Eiskunstlauf. Binosaurier. Ah, Bienen. Wie anmutig sie ist. Wieso hat sie eigentlich so einen Iron Man Reaktor in der Brust? Das wirst du bei Gelegenheit noch sehen. Warum sind eigentlich die Kameramänner nur die Pilze sein? Das wird schon so Sklavenvolk. Boah, der Martin hat grad voll den Trick gemacht. Der hat den Nunchuk abgesteckt. Und nur den Ballast. Du bist ja schlau. Das mach ich jetzt auch. Ja. Wenn ich mich nicht verwickel wie Daniel eben. Oh, und alles Gold. Meine Güte. Wahnsinn. Wenn ihr das sehen könntet. Wie elegant das ist, ne? Draußen von der Straße klatschen Leute Beifall. So anmutig ist das. Jetzt ist hier gerade, was ihr auch nicht sehen könnt, im Raum ein Blumenbeet erblüht. Weil es so schön ist. Ja, zu Recht. Okay. Wahnsinn. Ah. Jetzt muss der Chang gleich reinkommen. Gay. Ha. Das war doch super. Super. Peach hat aber ein bisschen mehr Zeit zwischen den Sprüngen, ne? Daniel musste die vorhin schneller machen. Jetzt kommt der noch. Das ist auch, weil du weiter, äh, gerade vor dem Fernseher sitzt. Ich glaube auch, dass es so ist. Wie viele ausreden man sich hier aus? Hä? Jawoll. Hoffentlich brichst du sich das Bein. Ha. Alter. Dieses Miststück. Noch so eine Pirouette und ich hätt's Tonja Harding auf dich. Ha. 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 Aber dann. Ne, das ist aber gar nicht so gut, wenn das Nanshark weg ist, merke ich gerade, weil da unten ist das Ding klar gestackert. Ha. Ja, komm. Ah, fuck. Ha. 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 Der sportliche Geist ist schon voll da, oder? Also bloß dem einer nichts gönnen. Ich kann jetzt voll verstehen, wie so diese stutenbissigen Eiskurtsläuferinnen so aufeinander sprechen. Hallo. Ja, ist so. Wieso schaffst du jetzt die dreifache Doppel-Achse? Brich dir das Genick, brich dir das Genick, brich dir das Genick. Ha. 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 Wie soll man das denn richtig machen mit der Landung eigentlich? Ha. Hach. Ha. Was ist keiner oder? Finde es mal raus. Nein. Nein. Nein, nein. Komm. Das war es auch nicht. Bitte. Glaubt ihr, dass Dressurpferde untereinander auch so sind? Ha. 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 Hallo, wir sind die Schlimmsten. Oh nein, jetzt brauche ich das Nanshark und es ist nicht angeschossen. Nein! Oh, ich muss wieder ein Wunder zu. Das ist schon mal ein alter Punkt geklappt. Tja, das war eine Scheiße. Warum denn plötzlich Pose mit Nanshark? Erster Platz, fuck. Wow, dreimal ab, los. Wahnsinn. Nur die Sprünge habe ich verkeckt. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass du so direkt vorm Fernseher sitzt. Ich glaube auch. Also bei mir würde es jetzt wahrscheinlich nicht gut klappen, weil ich so ganz von der Seite das machen muss. Du solltest aber Bonuspunkte kriegen, weil du Gorilla bist. Was nehme ich denn? Mach mal hier dieses Auf der Jagd. Das kennt der. Wie damals bei Planet der Affen. Ach, das ist das. Ist das Auf der Jagd nicht das mit Tommy Lee Jones? Get your pounds on me, you're 38. Auch mal, wie er sich freut. Wie seid ihr Sandalen an? Die ist ein bisschen aus wie Martin im Sommer. Stilvoll mit Krawatte. Von der Muskulatur vielleicht. Nee, von diesen riesen Ekelfüßen. Da habe ich auch Schlittschuhe an. Das sind aber ganz schön respektive. Riesen Ekelfüße. Das kann man ja so. Ja, das sollte dir mal zu denken geben, dass du mal mit diesem Flipflop scheiß aufhörst. Boah, war alles perfekt. Was ist denn bei dir los? Bei mir ist von auch mancher nicht erkannt. Ganz komisch. Mancher ging es voll gut. Gar nicht schlecht. Oh, schade. Aber das sah jetzt eigentlich richtiger gesprungen aus. Und dann steht er aber daneben da. Komisch. Also ein bisschen komisch ist schon die ganze Steuerung. Nein, auf gar keinen Fall. Oh, oh, oh. Jetzt kriege ich einen Anruf auf der Remote. Hallo. Du hast von Lady Stick geredet. Entschuldigung. Der ist so groß, der braucht die Hand ja irgendwo dahinter halten. Der macht überhaupt nichts. Der hat überhaupt nichts gemacht. Aber perfekt. Das, was ich nie mache, mache ich perfekt. Nämlich. Boah, das wird der neue erste Platz. Jetzt. Brich dir was. Brich dir was. Affe. Perfekt. Ist auch viel zu spät. Beanstande ich nachher. Und jetzt? Meine Güte. Wie ein junger Gott. Zu früh. Oh, das ist aber ganz, ganz knapp. Was sind denn das für Figuren, die der da macht? Macht ja gar nichts. Nur mit den Armen hoch und runter. Meckern wir nicht so rum. Kein Sinn für Ästhetik. Der Aff. Voll daneben. Ein Aff. Was meinst du, das wird ein Skandal ist, wenn sie das rauskriegen? Machen wir was, Affenzirkus. Skandal. Swatchi-Skandal. Silbermedaillen-Gewinner. In Wirklichkeit Gorilla. Keiner hat es wieder gemerkt. Das war anders. Das Geräusche kennst du gar nicht von dir. Der Affe bricht aus. Fritz raus. Wieso macht der Affe? Fiorette und dann gleich die Pose. Was ist denn das? Du musst die Fiorette. Drehen, nicht wackeln. Drehen. Rechte Arm nach oben. So. So ist drehen. Ich hab das anders gemacht. War doch gar nicht so schlecht. Das war das besser. Das waren die Jube. 104 Punkte. Sechster Platz. Ei, ei, ei. Gott. Wenn das meine Mutter sehen würde. Aber er war hat Fassung. Die Tränen sieht man fast gar nicht. Er weint nach innen. Ich hoffe, dich so enttäuscht. Ja, aber wie gesagt. Das liegt halt, weil ich hier an der Seite sitze. So, jetzt. Ganz klar. So was. Natürlich. Natürlich gar nichts. Ist deinem Remote wieder kaputt. Was soll ich das so machen? Eigentlich nicht. Kann ja nur gut werden. Kannst du überhaupt irgendwas machen gerade? Wahrscheinlich nicht. Ich kann sogar das A drücken. Das ist schon mal gut. Das wird so ein Debug. Und er weiß es noch nicht. Wie er guckt. Doch. Gleich schaffe ich es. Der größte Triumph meines Lebens. Und du musst absp... Ja, geht doch. Perfekt. Super gemacht. Toll. Geht doch. Springen. Perfekt. Er darf jetzt aber nicht zu gut werden hier. Ja, weil er sich halt die richtige Musik ausgesucht hat. Profi. Er hat auch seine... Er hat auch... Ja, seine Musik für die Figur. Das ist voll unfair. Es gab jetzt keine Peachy-Musik. Peachy-Musik. Zu spät. Was? Perfekt. Würde ich auch alles verziehen hier. Den lustigen Klempner. Ich hätte es ja auch mal sagen können, dass man da so peitschen muss und nicht so grazil, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich muss man das auch nicht, aber... Ich habe es auch mal gemacht. Nö. Ihr drescht da voll drauf ein. Jetzt reagiert der Scheiß ja nicht. Der kriegt ja alles hier. Jawohl, jetzt aber. Jetzt wird kackt. Nein. Da macht er den Fehler. Stutenwissigkeit. Das ist echt das präziseste Element von dem ganzen Zeug, oder? Mit dem Arm rausreichen. Nein, kaum, du darfst nicht. Fies. Das ist ja eine Kamera fliegen. Fuck. Der macht das... Der wackelt irgendwie mit dem Ding. Ihr habt keine Ahnung von Leidenschaft. Was auf dem Bildschirm passiert. Was auf dem Bildschirm passiert. Und der... Unglaublich. Perfekt. Und wenn ihr es sehen könntet. Fuck. Der hat schon... Ich achte jetzt gerade eben das erste Mal darauf, was die Figur eigentlich macht. Tatsächlich. Das passt halt überhaupt nicht zu dem, was er da macht, oder? Ja. Obwohl, das passt ungefähr zu dem, was Michi gerade macht. Gar nichts. Wie vom Neid ihr halt alle zerfressen seid. Unglaublich. Ihr würdet Eiskunstperfektion nicht mal erkennen, wenn sie euch mit der Kufe ins Gesicht dreht. Geschnitzt wird. Nein, der macht zu viele Punkte. Steck ihn halt mal ab. Ich steck dich von mir wieder an. Du weißt nicht, dass Eleganz riss, wenn du dich geküsst wurdest von den kühlen Kufen. Wenn du den Michi einmal absteckst, dann muss er dir erst wieder mühselig wieder hochfahren. Morgen früh. Das willst du nicht. Das willst du nicht mehr dabei sein. Ja. Mann, oh Mann. Jetzt holt der Gold der Sack. Ich glaub's ja nicht. Wer, wer, nein. Und er hat natürlich das, das ist angesteckt. Tatsache. Bäm. Wer hat mich schon ein. Und er hat natürlich das angesteckte, das blöde. Geschafft. Nanshack. So, wie viel ist das jetzt? Alles A. Ja, aber. Dritter? Jawohl. Wir wollten mich doch verarschen. So fair. Das war so viel besser als Beschiss. Ja. Ja. Ah. Jetzt hast du ja schon drei Punkte, oder? Ja. Martin in Führung mit drei Punkten. Michi zwei, Fritz und ich. Jeweils einen. Und nur noch, glaube ich, zwei Disziplinen zu. Ach, wir haben noch ein paar. Machen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben aber so lange, welche bis Martin nicht gewinnen. Jetzt kommt aber das Beste. Jetzt kommt Bob vorhin. Und Curling. Es kommt also in den nächsten Folgen, kommt einiges. Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.